Willkommen zu einem neuen Video für Pokémon Karmazin und Pokémon Purpur. Vor drei Tagen haben wir eine Pokémon Presents bekommen und dort wurde der dritte Trailer vorgestellt. Nach meiner Live-Reaktion unter Analyse möchte ich gerne mein Feedback loswerden und das Ganze mit euch teilen. Wir haben so viele neue Dinge erfahren über die Paldea-Region, beispielsweise die offene Welt, neue Pokémon, neue Regionalformen, die Terra-Rates und die Funktionen der legendären Pokémon. Die letzten drei Tage habe ich unwahrscheinlich viel recherchiert und jetzt möchte ich meine Meinung mit euch teilen. Bevor das Ganze losgeht, möchte ich noch loswerden, dass 88% meiner Besucher noch gar keine Abonnenten sind. Vor circa zwei Wochen sah das Ganze anders aus, gerade hier würde ich mich freuen, ein paar neue Gesichter auf dem Kanal bekommen zu heißen. Also habt keine Angst, einfach abonnieren und ihr werdet keine Pokémon News mehr verpassen. Die offene Welt der Paldea-Region. Nach Pokémon Legenden Arceus kommen keine offenen Areale, sondern wirklich eine offene Welt. Die Pokémon Company traut sich hierbei einen großen Schritt zu machen und ich hoffe, dass wir nicht enttäuscht werden. Die Region wirkt zumindest auf den Videos und Trailern sehr lebhaft, auch wenn manche Orte noch etwas leer sind, aber ich hoffe und wünsche mir, dass dies noch in Entwicklung ist. Auch wenn die Spiele vermutlich nur noch den Feinschliff bekommen und in die jeweilige Sprache übersetzt werden, dürfen wir hier noch hoffen. Mit Choraydon und Miraydon können wir die Weiten der Region bereisen und erreichen scheinbar jeden Ort, welcher Paldea zu bieten hat. Dieses Feature gefällt mir besonders gut, gerade durch die losgelöste Geschichte und die Schatzsuche werden wir diese Region öfters bereisen und immer an neue Orte, Berglandschaften, Höhlen, Seen und anderen Sehenswürdigkeiten vorbeikommen. Grafische Meisterleistungen in Paldea. Für die einen trifft es zu, für die anderen nicht. Ich persönlich spiele Pokémon nicht, um jeden einzelnen Grashalm sehen zu können oder Fußspuren am Boden zu hinterlassen, sondern um den klassischen Charme der Pokémon-Welt zu genießen, Paldea als neue Region kennenzulernen und ein weiteres Videospiel zu genießen, welches meine Kindheit und meine Person geprägt hat. Als kleines Beispiel, ich spiele jetzt schon 15 Jahre World of Warcraft und die Grafik hat sich seitdem zwar verbessert, aber es kann bei den neuen Spielen nicht mithalten. Trotzdem spielt man es, weil es eben World of Warcraft ist, in dem Fall ist es eben Pokémon. Wir spielen es doch wirklich nicht wegen der Grafik, sondern wegen der einzigartigen Geschichte, die dahinter steckt. Ich meine, bei all den Spielen haben wir nie eine hochauflösende Grafik gebraucht und hatten trotzdem den Spaß unseres Lebens. Jeweils immer über 100 Stunden sind da reingeflossen und ganz ehrlich, die Grafik hat dem keinen Abbruch getan. Die Orangen- und Trauben-Akademie in Paldea sind mal etwas ganz Neues und ich bin gespannt, wie sich diese im Spiel einfügen lassen. Wir lernen im dritten Trailer Clayville kennen. Er ist Direktor der Akademie und bringt uns als Neuzugang vieles über die Akademie bei. Doch ich bin mir sicher, dass wir hinter ihm einen bösen Schatten erwarten können. Die legendären Pokémon von Paldea. Koraidon und Miraidon bringen ein wirklich eigenartiges, völlig abgedrehtes, aber auch cooles Future mit ins Spiel. Die Möglichkeit auf beiden Pokémon zu reiten, um die Region Paldea zu erkunden, ist wirklich spannend und wird sehr, sehr viel Spaß machen. Ich freue mich, dass sie hier das Element aus Legenden Arceus übernommen haben und hoffe aber auch, dass wir weitere Pokémon bekommen, worauf wir eben reiten können. Es ist das erste Mal nach einer langen, langen Zeit, dass mir beide legendären Pokémon sehr, sehr gut gefallen und ich auf jeden Fall beide Editionen spielen werde. Hierbei hoffe ich natürlich, dass die Editionunterschiede doch ein bisschen gravierender sind als sonst, aber allein, dass wir zwei Professoren haben, es Vergangenheit und Zukunft ist, macht das Ganze auf jeden Fall schon mehr Sinn als zuvor. Die neuen Charaktere der 9. Generation. Was mir im Trailer sofort aufgefallen ist, sind die umfangreichen neuen Charaktere, die Anwohner und alle Menschen, die man bisher gesehen hat. Sie sind so unterschiedlich und wirken so, als hätte jeder seine eigene Geschichte in den Editionen. Bin gespannt, ob es sich hierbei nur um vereinzelnd gezeigt die Charaktere handelt oder ob wir wirklich mal Routen bekommen mit ganz verschiedenen Trainern, wo nicht jeder dritte gleich aussieht. Die Terra Raids. Ein Spielelement, was mir damals in Pokémon Schwert und Schild schon unwahrscheinlich gut gefallen hat. Jetzt heißen sie diesmal nicht Diner Raids, sondern Terra Raids. Der Multiplayer Aspekt hierbei spielt eine große Rolle und ich freue mich schon, mit euch viele Terra Raids besuchen zu dürfen. Hier sind auf jeden Fall Community Events geplant. Generell wird Paldea auf meinem Kanal ab dem 18. November groß gefeiert. Ihr erhaltet kurz vor Release weitere Informationen dazu. Dass die Pokémon Company sich hierbei entschieden hat, wieder Raids einzufügen, heiße ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr willkommen. Mir hat das wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und die Langzeitmotivation war definitiv da, da man eben mit diesen Raids auch besondere Events aufziehen kann und das zu jeder Zeit. Schön, dass man hierbei mal auf die Community von Pokémon hört. Gefolgt von den Raids kommen wir zu den Terraformen. Ich hätte mir hier wirklich eher weitere Mega-Entwicklungen gewünscht. Die Sache mit dem Kristallblumen, dem Kronleuchter oder der Fontäne aus Kristallen überzeugt mich noch nicht so ganz. Ich hätte hier die Pokémon als solche nur kristallisieren lassen, aber sonst nichts weiter. Dass sich hier der Typ des Pokémon wechseln kann und das Pokémon verstärkt wird, ist zwar ganz cool und wird bestimmt auch später in den Kämpfen sehr interessant werden, aber den Kopfschmuck, den hätte ich wirklich weggelassen. Die Entwicklungszeit für jeden, den passenden Kopfschmuck zu suchen, hätten sie dann doch irgendwo anders investieren sollen. Gerne möchte ich euch nochmal an meinen Gewinnspiel erinnern, welches noch bis zum 26. August läuft. Gewinnen könnt ihr eine Edition eurer Wahl, Pokémon Karmazin oder Pokémon Purpur Video, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ihr habt also noch genau 20 Tage Zeit, um teilzunehmen. Ich wünsche euch unter allen Teilnehmern viel, viel Glück. Das war er also, der dritte Trailer zu Pokémon Karmazin und Pokémon Purpur. Ich fand ihn gut. Nicht sehr gut, nicht außergewöhnlich. Er war ganz anders aufgebaut, als die Trailer zuvor von den Pokémon Spielen, aber mir hat er doch noch ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne noch so eine Art Cliffhanger gehabt, wo man weiter drüber spekulieren kann. Beispielsweise über die zweite Entwicklungsstufe der Starter oder die dritte Stufe oder irgendwie was anderes. Also wisst ihr, was ich meine? Der Trailer war vorbei und ja, nach dem Motto, jetzt könnt ihr wieder zwei Monate warten, bis es neue Informationen gibt. Klar haben wir natürlich auch neue Pokémon gesehen. Wir haben Regionalformen gesehen, die ich sehr, sehr feiere. Ich liebe Regionalformen in neuen Pokémon Spielen, aber trotzdem fehlte da was. Jetzt eure Meinung zu dem dritten Trailer unten in die Kommentare und ich werde natürlich wieder zeitnah antworten. Und stürze mich aber jetzt direkt in das nächste Video, denn es gibt noch so viele neue Informationen, dass, glaube ich, das komplette Wochenende dafür draufgehen wird. Also dann, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Video. Also dann, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Video. Und dann, schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung. BR 2018